Moin Leute, was geht? Willkommen zum neuen Community Crunch, nämlich den 282sten und wir bekommen sehr, sehr coole News. Wir bekommen nämlich einen neuen Dino vorgestellt. Hier sehen wir ihn schon mal ganz kurz. Einige, die schon den Kanal länger verfolgen, haben auch schon mal ein bisschen was vorher von ihm gehört. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem ersten Text. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Community Crunches. Im Vorfeld der Veröffentlichung von Lost Island, einer kostenlosen DLC-Karte, die noch dieses Jahr erscheinen wird, haben wir die Community engagiert und gesehen, welche Kreaturen sie in den kommenden Veröffentlichungen sehen möchten. Während der allerersten offiziellen Community-Abstimmung sahen wir ein hitziges Rennen, als wir eingrenzten, welche Kreaturen einer der drei neuen sein würde. Die mit Lost Island veröffentlicht wurde. Obwohl der Dinopetikus als klarer Gewinner hervorging, haben wir heute fallig eine Ergänzung, die der König ziemlich bekannt ist. Und die letzte Kreatur, die zu Lost Island hinzugefügt wird. Nämlich der Sinomalcrops. Hier sehen wir nochmal ein kleinerer Vogel. Die Infos zu ihm. Will Sinomalcrops Bombay ist ein freundlicher und neugieriger kleiner Flugsaurier. Es kann sich unbekannte Kreaturen nähern und sie untersuchen. Aber Sinomalcrops kann leicht erschrecken, wenn es bedroht wird. Entfaltet seine Flügel und daimatische Augenflecken zu entfüllen. Um Raubtiere zu verwirren oder sie zu verscheuchen. Okay, das ist sehr interessant. Dennoch scheinen Sinomalcrops eine hochintelligente Kreatur zu sein, die sich nach sozialer Interaktion sehnt. Das klingt ein bisschen nach Passiv-Taming. Während er normalerweise neugierig und freundlich ist, verwandelt sich der entzückende, übergroße Mund vom Sinomalcrops in einen geringsten Anblick von Geruch von Insekten in eine tödliche Waffe. Sogar alleine kann diese niedliche, kleine Lebensweise Insekten besiegen, die viel größer sind als sie selbst. Leider bedeutet dies, dass eine Rüstung aus Schettinplatten eine Angriffsreaktion des sonst zu süßen Flugsauriers auslösen wird. Okay, okay. Dann haben wir Demo, was, äh, Domesticated. Ein, äh, ein Sinomopskop zu zähmen ist theoretisch ziemlich einfach. Füttern sie einfach, ohne sie zu erschrecken. Einmal gezähnt lieben sie es, mit ihren Männchen zu reisen. Und sie ziehen es vor, sich an sie zu klammern, wann immer es möglich ist. Sind sie nicht zu, äh, was, äh, sie sind nicht nur gesellig, sondern beschützen sie auch sehr. Ja, wenn sie einmal miteinander verbunden sind. Jede kleine Kreatur, die sich jemandem mit einem zahmen Sinomacrops nähert, wird mit ihren blinkenden Augenflecken und ihren durchdringenden Kreichen empfangen. Das, äh, ist normalerweise genug, um einen, äh, unterdimensionierten Einträgling zu betäuben. Ähm, für einen so kleinen Flieger kann Sinomacrops überraschend schwere Lasten tragen. Es kann sogar das Gewicht eines ausgewachsenen Menschen tragen, obwohl es Schwierigkeiten hat, an Höhe zu gewinnen. Dennoch ist jeder Kreaturenbegleiter, der als, äh, Kleider oder Fallschirm dienen kann. Für jeden, der eine, der eine Arc durchquert von, äh, unschätzbarem Wert, solange er vieles Next für seinen kleinen Freund mitbringt. Ja, Leute, dem noch mal ein kleines Bild vom Sinomacrops. Ähm, da würdest du mal ein Video separat zu ihm geben. Ähm, sehr, sehr cooles Ding, muss man sagen. Bin mal gespannt, wie es sich in Game so spielt. Das müssen wir halt dann mal abwarten. Ähm, aber schreibt mal in die Kommentare, Leute. Habt ihr ihn euch gewünscht? Oder wolltet ihr lieber was anderes haben? So, dann haben wir noch, äh, Sponsored Mod Update. Es ist Zeit, dass wir ein neues Projekt im Sponsored Mod Programm vorstellen. Unsere erste Auswahl für das Jahr ist für Sie bereits, äh, bereit. Das Arc Sponsored Mod Programm nimmt ab sofort auch Bewerbung für die nächste Ausladung. Ihr könnt euch bis zum 5. Oktober bewerben. Vergessen Sie nicht E-Projekte unter, blablabla, 1, sorry, Leute. Also, Leute, habt ihr Mods für Arc? Klickt auf den Link, ähm, der Link zu dieser Seite. Das ist generell in der Beschreibung. Also müsst ihr nur draufgehen, dann hier draufgehen. Und dann könnt ihr zu den Mods kommen. Ja, mit noch ein paar Mods. Nämlich, was, Alemi, ähm, was, ach, Alemia. Ja, ist ein Kartenprojekt, das viele Aspekte des Spiels überarbeitet, um den Spielern auf eine Herausforderung über Lebensabenteuer ohne jede Spur von Technologie mitzunehmen. Du wirst neue Strukturen und Mechaniken zum Herstellen, Erkunden, Zähmen und Ernten finden. Und, äh, finden ja genau. Und wem das noch nicht genug ist, unter der Erde verstecken sich viele Dungeons, Alemia wartet. Okay, finde ich eigentlich schon mal sehr, sehr interessant. Wenn die Leute, wenn ihr sowas nochmal genauer haben wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich gucke mir sowas auch gerne mal an. Dann haben wir Arc Genom Extinction Evolved. Ähm, Arc Genoms bringt eine bedeutende Überarbeitung hervor. Komplett mit Herausforderungen, einem neuen, abgestuften Verbesserungssystem für Kreaturen und einem eigenen Storyflow. Nimm schwierige Herausforderungen an, um die Verderbnis der Elemente zu bekämpfen, neue Belohnungen zu halten und deine Zähmung durch mehrere Stufen der genetischen Evolution zu erhöhen. Fände ich irgendwie ja interessant, muss ich ja mal sagen. So, sonst haben wir noch das Evolution Event. Das geht bis zum Dienstag, dem siebten, auch offiziellen Servern, alles mal zwei. So Leute, also Leute, das, genau, yo Leute, also Leute, sehr gut. Das war's an der Stelle. Ich hab hier noch ein bisschen Fanarts, ein paar Videos, könnt ihr euch gerne, wie gesagt, immer gerne anschauen, sind sehr, sehr coole Sachen immer mit dabei. Und, ja, schreibt mal in die Kommentare. Oh, das ist doch mal geil, Leute. Wer wollt schon nicht immer in einem riesigen Klo wohnen? Ähm, schreibt mal in die Kommentare, freut ihr euch auf den Sinomops, Sinomops? Oder habt ihr da nicht so Bock drauf? Und, ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dennne. Ciao, Abo und Like nicht vergessen. Danke. Ich weiß, das war's, aber bleib beim Start. Zocken wir noch ne Runde Survival-Arg. Oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Erklären Updates und News, leicht und smart. Haben zu jedem Problem mein Guide parat. Wenn's dir gefällt, wär ein Abo und ein Like echt stark. Dann. Ich habe jetzt ein Abo und ein Abo und ich muss Vielen Dank.